Ich will Rick jetzt eine kleine Überraschung machen, denn ich mache irgendwie immer nur Überraschungen für Teresa und Alex. Und Rick ist mir wirklich auch sehr, sehr wichtig. Er ist so ein guter Freund und unterstützt einen immer in allem. Ihr habt alle geschrieben, dass ich Rick einen blauen Ring machen soll. Und deswegen habe ich noch Epoxidharz mit der blauen Farbe gemischt. Und drunter war noch ein bisschen was von diesem glitzernden. Ich hoffe wirklich, es gefällt ihm. Und wovor ich am meisten Angst habe, ist, dass ich die richtige Größe nicht habe. Die Ringe haben ja alle eine verschiedene Größe, also hoffe ich einfach, dass eine davon die richtige ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich denn herausfinden könnte, was Ricks Fingergröße ist.